Herzlich Willkommen zum heutigen Thema Ehrungen. Das ist aufgeteilt in drei Teile. Einmal eben die Ehrungen anlegen. Wie gesagt, das geht relativ flott. Und zum zweiten dann geht es eben weiter mit dem Ehren an sich. Das heißt also, wie ehrt man jetzt jemanden? Wie lasse ich mir anzeigen, wer zu ehren ist? Und das dritte ist dann eben Ehrungen auswerten. Das bedeutet eben, mir anzeigen lassen, wer schon geehrt ist und wie sich diese Ehrungen bei uns zusammensetzen. Und das wird gesagt in drei Teilen. Der erste Teil geht sehr schnell. Wo finden wir denn die Ehrungen im NetXP-Verein? Ja, die finden wir ganz einfach unter Verein Ehrungen. Hier kann ich also alle meine Ehrungen anlegen, aber auch nicht mehr. Das bedeutet, ich habe eben hier meine Übersicht. Hier gibt es Standardmethoden, von uns ein paar vorgegeben. 10, 20, 25, Jahre und 50. Sie können aber hier natürlich beliebig viele Ehrungen anlegen. Um eine Ehrung anlegen zu können, klicke ich eben auf verfügbare Ehrungen. Klicke eben hier oben auf neue Ehrungen. Vergebe dann eben die Bezeichnung für meine Ehrung, wie zum Beispiel, machen Sie einen Vorschlag. Heute ist Fasching. Nein, 5. Nein, machen wir 75. 5. 5, 75. Nein, eigentlich sollten wir 33 machen. Oder 11, 11. Heute ist unsinniger Donnerstag. Vereinsjubiläum. Das heißt also, ich kann also hier beliebig viele anlegen. Ein kleiner Tipp von mir, um eventuell Diskussionen im Verein zu vermeiden, kann man hier bei Beschreibung immer noch erfassen, was man zu einer Ehrung eben verschenkt. Da haben schon Leute gelacht und gesagt, ja, das ist ja eigentlich logisch. Das kann schon sein, aber es sollte ja über Jahre hinweg durchgängig sein. Und ich habe das selber also bei uns festgestellt, es ist schon praktisch, wenn man zu bestimmten Ehrungsdaten zum Beispiel immer das gleiche Budget verwendet. Also um hier vielleicht eventuell Streitereien zu vermeiden. Zum Beispiel Geschenk für 11 Euro oder Geschenkkorb oder je nachdem. für, wie gesagt, Heides Fasching, Karneval, man kann ein Geschenk, man kann es nennen, wenn man es will. Am Schluss bespeichern wir diese Ehrung. Das war es. Die Ehrung ist angelegt und kann dann später eben den entsprechenden Mitgliedern vergeben werden. Wenn ich eine Ehrung jetzt zum Beispiel nicht mehr habe und eventuell eine Ehrung löschen will, klicke ich diese Ehrung an, klicke auf Löschen und dann kann ich also diese Ehrung also ganz getrost auch wieder löschen. Außer, die Ehrung ist einem Mitglied vergeben, dann kann ich diese Ehrung nicht löschen. Dann sagt er erst, du musst erst einmal in die entsprechenden Mitglieder reingehen und hier die Ehrung entfernen, denn man kann nicht einfach eine Ehrung löschen, wenn die schon vergeben ist. Das macht ja auch übrigens überhaupt nicht den geringsten Sinn. Wo finden wir diese Ehrungen wieder, wenn wir diese erfasst haben? Alle Ehrungen, die wir hier erfasst haben, können wir später innerhalb der Mitgliederverwaltung eben den entsprechenden Mitgliedern zuordnen. Und hier gibt es keine Prüfung mehr, ob eine Ehrung nun schon vorhanden ist oder nicht. Viel interessanter wird gesagt, im zweiten Teil heute rauszufinden, wer überhaupt geehrt werden sollte. Das heißt also, wenn ich später beim Mitglied oder im Mitgliederstamm bin, kann ich also hier eben die entsprechende Ehrung auswählen. Hier wird die Ehrungsinfo von den Ehrungen an sich übernommen. Und hier stelle ich noch ein, zum Beispiel, wann ich die Ehrung diesem Mitglied vergeben habe und kann dann noch mal zusätzlich eine Zusatzinfo eingeben, zum Beispiel, wer war bei der Ehrung anwesend, in welchem Rahmen hat das stattgefunden, ähnliches. Aber wie gesagt, viel interessanter sind die Teile, die jetzt dann folgen. Das sind eben die Teile, bei denen wir uns anschauen, wie wir überhaupt auf die zu ernten kommen. Ich glaube so, jetzt von Anfang gibt es keine Fragen richtig. Da ist wirklich nichts dabei. Neue Ehrung anlegen oder eben eine bestehende ändern und speichern oder eben eine löschen, solange diese keinem Mitglied vergeben ist. In den Mitgliedernregister Ehrungen können wir dann diese Ehrungen vergeben. Das ist ja noch recht sehr einfach.